Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott Nein! 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 Ich hab sie, ich hab sie! Shut up, John! SHUT UP JOHN! Yo, meine Grofer Freunde! Hoi! Willkommen zur Folge 12! Wie? 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 HAHAHAHAHAHAHAHA Dein Gott! Mach das noch mal. Was denn? Mach das noch mal, dein Kopf sah richtig gut aus. Wie? 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 Dein Kopf dreht sich so und dein Körper immer nur hinterher so. Okay. Also, jetzt ab in die Höhle. Ab in die Schlucht. Warte, ich bring das. Komm mal mit. Oh, das ist ein Skelett. Ich dachte, das wäre ein Spieler mit Eisenrüstung. Oh. Ficken. Da sind Zombies. Warte, nur mal so. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, zu mir. Hier. Ist die Box. Ja, ich weiß, ich weiß, dass die hier irgendwo ist. Da kommen Zombies, da kommen Zombies, Brody. Ja, ich brauche noch eine zweite Spitzhacke, glaube ich. Nee. Eigentlich sollte ich auch mal eine neue haben. Dann kann ich nichts mehr abbauen. Dieses Katzengeräusch. Wo ist diese blöde Katze? Wo ist dieses Drecksvieh? Drecksau. Oh, hier ist auch noch ein Eisen drin. Ja, willst du eine Eisenspitzhacke oder ein Eisenschwert? Äh. Ich denke, wie ein Zombie. Ähm, keine Ahnung was. Ich denke mal eine Eisenspitzhacke macht gerade mehr Sinn. Okay, habe ich dir gemacht. Drop sie, drop sie. Los, komm. Ich mache dir noch ein Eisenschwert. Oh, das hat er lieb. Danke. So. Auf geht's, Minion. Jetzt habe ich mir schon da selber gehört. Ja, bei mir, ne? Ja, es tut mir leid. Ja, nee. Ich habe schon überlegt, ob ich das Projekt abbreche, weil... So was geht gar nicht. Ich meine, hallo? Okay, wir müssen den Lavasee wiederfinden, ne? Au. Fuck. Ich habe alle Sticks oben in die... Nein, au! Was machst du? Pass doch auf. Ich muss wieder hoch. Hast du Sticks? Obwohl, nein, ich kann mir auch Sticks machen. Mann, ich habe keinen Sex. Das tut mir leid. Ich durfte, ich durfte ja heute nicht mehr verarbeiten. Ja, nicht direkt verarbeiten, weil wir das ja für die Waffen brauchen, weißt du? Ich mache Shader in der Höhle wieder aus. So, 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 so. Nee, wir haben die ja komplett ausgeleuchtet, die kannst du eigentlich anlassen. Nee, aber der Shader, da sieht man wirklich jetzt sehr viel, sehr viel, sehr schlecht. Sag mal, wo soll man jetzt hin? Links, rechts, oben, oben? Hier, hier runter. Läufst du die ganze Zeit hin und her. Wieso kriege ich meine Achievements gerade alle zum ersten Mal? Keine Ahnung, vielleicht weil der Server jetzt neu gestartet ist. Ja, aber das war doch vorhin nicht. Vielleicht bist du gestorben. Was? Wieso? Und keiner hat es mitgekriegt. Das wäre sicker Shit, Alter. Ich glaube, hier war die Lava. Ich habe absolut keine. Nein. Meint ihr den Lava-Fall oder? Nee, so ein Lavasee unter Wasser ohne Creeper. Zwei sogar. Ja, einer mit einer Riesenfresse. Ja, ich... Mann. Ich will jetzt nicht dazwischen... Nein, 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 nein! Nein, nein! Der andere hat drei gedroppt. Brody. Oh Mann, ich war doch voll weit weg. Ich habe ihn gar nicht mehr gehauen. Oh shit, Niggi. Das ist bei mir echt übel. Da gehe ich noch voll weit weg und dann sowas. Oh, wir haben Gold. Ah, das ist sehr schön. Hier ist schon irgendwas mit Lava. Ja, dann, wenn du da reinfällst, ne? Ach, scheiße, wir haben die Wassereimer vergessen, ne? Aber das ist kein Lavasee. Das können wir vergessen. Den können wir zubauen. Oh ja, das machst du ja sehr gut. Da oben ist Eisen. Ne, oben. Ich gehe allauf nach unten und sage, oben ist Eisen. Uh. Ah. Ah, ah. Okay. Ähm. Ja, hier ist nichts. Ja, dann gehen wir mal woanders hin, ne? Ja, die Wasser, oder wollen wir noch Wasser einmal holen? Nee, ne? Lohnt nicht, oder? Warum eigentlich nicht? Falls wir in die Lava fallen und brennen. Oh, gut. Obwohl, ich glaube, aber wir haben nicht so viel Eisen. Hat sich eh erledigt. Ja, gut. Oh. Oha. Oha. Oha, oha, oha. Wusch's, ach da. Ich sehe es. Ich ficke es. Oh ja, oh, oh, oh. Oh, Topa. Oh, oh, oh. Okay. Ich weiß auch nicht, in den letzten Folgen sind wir so bekloppt. Coming Topa. Das ist gut, Unterhaltungswert steigt. Ähm, da war Eisen auf jeden Fall hier unten. Ne, warte, hier war Eisen. Ja, komm doch her. Nein, irgendwo bin ich gerade hingelaufen, da war Eisen. Hier kommen wir her. Nein, wir sind von da unten gekommen. Echt? Ja. Guck mal, da kommt ein Skelett zu uns geschwommen. Oh, ja, ja. Wo denn? Wo denn? Ich bin ein Zombie. Da unten. Ein Zombie, nicht Skelett. Entschuldigung. Ach, da achts mal. Guck mal, er versteckt sich. Den lassen wir. Juckt mich eh nicht. Juckt mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Stirb nicht. Stirb doch nicht. Oh. 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 Alles gut. Rudi. Rudi. Was ist los mit dir? Was ist denn? Eisen? Weißt du schon, du musst hier Fackeln hinmachen. Gott. Kannst du dich mal bitte... Oh, guck mal hier. Oh. Hier habe ich was freigebuddelt gerade. Ja, ich sehe es. Guck mal, er ist sie nicht. Und da ist Lava. Aber das ist auch nur ein Wasserfall. Ein Lavafall. Ich höre irgendwo eine Spinne. Ja, die ist doch gerade gestorben. Die habe ich doch noch getötet. Oh, hier ist noch eine. Ja, sehe ich so. Das meine ich doch. Guck. Ich sehe die Null und nachher beim Schnitt sehe ich es. 100 pro. Ja, Softbox aus. Rudi. Was machst du? Dann verpiss dich. Oh nein. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe, Alter. Du stirbst nicht. Doch, ich sterbe. Ist was, ist was, damit du ragst. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Da. Oh Gott. Oh Gott, ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Friss, 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 friss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Warte, ich habe dich da eingebaut, ne? Ja. Nein, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Du ragst da drin jetzt erstmal. Ja, oh Gott, ich bin nicht mehr vergiftet. Oh Gott. Ich dachte, du hättest die Scheiße geworfen. Ich dachte erst so, das wäre wegen meiner Spitzhacke, weil die kaputt gegangen wäre. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich rag jetzt hier erstmal ein bisschen, gell? Ja, aber ich bräuchte einen Chicken wieder, weil ich Leben brauche. Oh, mein Schwerter ist auch kaputt gegangen, deswegen. Egal, ich esse das Rotten Flash, alles gut. Oh, ich bin sogar nicht vergiftet. Ich habe gespuckt gerade. Gekotzt. Ne, so, weißt du. Boah, Digga, ich hatte nur Rotten Flash, ich wusste aber nicht, wenn ich das jetzt esse, ob das dann was bringt. Ne, dann verlierst du kein Leben, aber du wirst vergiftet vielleicht. Aber muss nicht sein. Warte, warte, und jetzt Sand mit Spitzhacke? Ne, Scherde. Das ist nicht ganz so witzig. Oh Gott. Fuck it. Oh, nicht schon wieder ein Enderman. Wo? Du hast es nicht gehört. Nein, das ist nur, wenn es zu dunkel ist. Ach so. Komm mit hier runter, komm mit hier runter. Warte, ich muss dir noch einen Zombie erledigen. Ja, schaffst du das? Traust du dir das zu? Ich hätte gerne ein Stück Fleisch wieder. Ja. Hier, mach du den Zombie voll. Ja. Ja, jetzt hab ich's wieder. Super, echt. Oh. Jetzt nimm den Scheiß hier. Guck mal, was ich übersehen hab in der Panik. Ja, hallo. Nimm es. Oh, ich schicke dich. Nice. Gott im Himmel, Alter. Das ist eigentlich schon recht peinlich, dass wir nicht merken, dass wir vergiftet sind. Ja, aber ich hab's gesehen, aber ich wusste nicht genau, was das war. Also diese Funken überall. Ja, ich dachte, du wirfst die Fläschchen, was? Ja, klar. Ich hab auch zu Silvester die Flaschen weggebrochen. Ich war etwas verwirrt. Wir brauchen den Lavasee. Komm, dass die runtergehen. Okay. Ne, da merke ich auf einmal so scheiße vergiftet. Da unten können wir auch. Oh, da ist was. Also hier ist viel, eine große Halle. Hier war doch auch irgendwo Lava bei der großen Halle, stimmt. Das ist eine Fledermaus. Ja, die tut ja nichts. Oh, ich hab dich fast mit dem Schwert geschlagen. Oh. Oh, hallo. Ne, hier sind nur Monster. Hallo, nicht das Fleisch. Ich weiß, dass wir den Lavasee, ich, Lava-C. Da, ist das Gelatz. Gelatz, gelatz, gelatz. Ich weiß, dass wir den... Ich wreck jetzt halt gerade nicht. Ich esse jetzt mal das Rottenfleisch. Ja. Sonst müssen wir notfalls hoch. Gut. Okay, so. Also hier... Wir haben... Ich weiß, dass wir die Lava irgendwo zugebaut haben. Diesen Lavasee. Ja gut, mein Hunger geht ja jetzt übel schnell runter. Ja, aber das ist egal. Manchmal wirst du auch nicht vergiftet. Hier ist der Creeper eben hochgegangen. Und warte, wenn wir hier zurückgehen, kommen wir wieder da zu diesem Kreuzpunkt, wo wir waren. Digga, da fuck. Warte, hier. Was ist... Darunter können wir mal... Wir müssten uns irgendwie Dinger machen. Waypoints? Mhm. Ja, machen wir uns jetzt auch demnächst mehr. Hier. Hier, 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 hier. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, hab's. Tschüss, ich hab's. Okay. Warte, ich spring. Ja, du machst das, oder? Ja. Ich baue den hier ein Stück zu, damit wir hier laufen können. Ja. Ich komm mal runter. Ja, jetzt kannst du herkommen. Sneaken. Nur sneaken. Nichts anderes. Okay. Ich baue dich hier ein bisschen rum. Ich baue das zu und du baust dich hier ein bisschen rum und suchst nach Diamanten. Aber Diamanten muss ich doch auch mit einer Eisen, oder? Ja, ja, aber du kannst ja die Steine erstmal. So, ja. Natürlich. Oh, hier, guck mal, hier waren wir auch schon. Okay, soll ich mal X-Ray anmachen? Nein, Spaß. Pst. Weißt du, weißt du überhaupt, was X-Ray ist? Ja, sag doch das Wort schon. Okay. Kannst du durch Wände gucken? Röntgenblick. Ja, sag ich doch. Kannst du durch Wände gucken? Also, es ist auch auf 17. Das heißt, ich bin sogar guter Dinge, dass wir hier jetzt Dinge ins finden. Ja, die müssten. Also, die sind ja auf, warte, was haben sie gesagt? 11 bis... 16, 17. So. Auf dieser Höhle Höhe. Wir haben sie geschrieben, 11 bis 16. Ist ja auch Schiedigall. Irgendjemand hat auch geschrieben, es kann auch bis 20 gehen. Ja. Geh weg! Ich baue hier gerade ab und hätte hier fast aufs Maul gehauen. Ups, jetzt habe ich die Fackel aufgebaut. Wollte ich natürlich nicht. Ich habe nochmal Lapis Lazuli gefunden, aber keine Diamanten, Bruder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Eisen. Ich finde hier wirklich alles, ne? Das Ding ist, oft wenn du dann wirklich... Früher habe ich ja im X-Ray mal gehabt, so auf dem Prival... Als ich offline gespielt habe und so, um halt schnell erfahren zu können. Und wenn du dann wirklich so siehst, dass du teilweise einfach an den Dingern vorbeigebaut hast, ne? Mhm. Ach, ich habe meine Spitzhacke gebt. Gebt doch bald den Geist auf. Aber ich habe auch noch genug für... Obwohl, warte, ich mache mir eine Holzspitzhacke. Äh, eine Stein. Ich baue nicht alles mit Eisen ab. Also ich habe hier noch nichts. Ja, warte mal. Ich habe 40 Eisen übrigens. Ich baue uns hier eine Craftingbox hin. Ich sammle gerade die ganze... Oh, ich habe ein Eisen dazu. Ups. Ähm, warte. Waypoint, Diamonds... Diamonds... Waypoint ist hier. Sorry, Freunde. Ähm, ja. Ne, ich habe mich gerade mal gemacht. Oh. Nimm mal nicht die... Achso, nimm mal eine Steinspitzhacke zum abbauen, ne? Ich habe keine Steinspitzhacke mehr. Hinter dir, guck mal. Hier ist ein Stick. Du brauchst zwei Sticks. Hier sind zwei Sticks und mit Steinen kannst du ja... Ja, okay. Alles klar, mache ich. Danke. Jojo. Dauert zwar ein bisschen länger, aber für die Eisenspitzhacke Diamanten und so, weißt du. Ja. Man macht ja das nicht. Leck mich da mal, du scheiß Ding. Ich mache mir ja... Warum kann man eigentlich nicht Steine als Stick verwenden? Stein und Stick? Steinstick. Ja, so eine richtige Steinspitzhacke. Komplett aus Stein, weißt du, ich meine? Ja, ja. Schon klar, Nigel. Aber ich muss auch, wenn du das so sagen. Nigel. Vor allem, weil du schwarz bist. Ja. Pst. Das wissen die doch nicht, die Zuschauer. Ach ja, Facecam-Auschein. Ah, witzig, witzig. 3,70 Mark, 2,10 Mark. Jetzt darfst du gehen. Was? Kennst du es nicht? Nein, Digga. Witzig, witzig. 2,70 Mark. 3,10 Mark. Jetzt darfst du gehen. So, ich buddel mich mal hier auch weiter. Haha, soll ich jetzt lachen? Ja, bitte. Danke. Das ist schon ein bisschen Strip-Mining, was wir hier machen, ne? Ach was. Pst. Domse hört alles. Hör auf damit. Ja, ganz ehrlich, die... Ich weiß auch nicht. Die können mir nicht erklären, dass die sich nach unten gebuddelt haben die ganze Zeit. Ich habe gehört, Domse hat seine Diamanten in der Schlucht gefunden. Aber wir sind ja unsere von vorne nach hinten abgegangen, ne? Hm. Vielleicht sollten wir uns echt mal ein bisschen tiefer bauen. Ich mach das jetzt einfach mal. Wo bist du denn? Ich bin ganz hinten in dem Gang, den du gebaut hast. Nicht das Fleisch, Mann. Oh, Alter, Zipfelklatscher. Digga, ich bin voll konzentriert. Ich will einfach nur Diamanten finden, weißt du das? Wir sind schon wieder bei 15 Minuten, also irgendeiner müsste... Also pass auf, dass du nicht direkt runtergehst, wenn du runterbaust, ne? Da könnte auch irgendwas sein. Lava oder so. Schon klar, Brudi. Ich hör hier nochmal Lava. Also wenn du auch in die Seiten baust oder so, ne? Lava kann ja auch runterfließen. Oh, ich hatte grad... Du hast mir eben den Schock meines Lebens gemacht. Ohne Scheiß, Alter. Warum denn? Ja, du mit deinem hässlichen Fass-Gesterbe da. Alter, das war richtig knapp. Aha. Ja, okay, bei ihm ist der... Ich hab Gold. Ja, Gold bringt uns aber nichts. Oh, ich hab grad aus Versehen auf die Waffe gewechselt. Ja, passiert. Mann, es werden doch irgendwo scheiß... Ich bin jetzt auf 12 Tiefe, weißt du? Und hier ist immer noch nichts. Ich bin auf 14. Oh. Klar, Marcel. So. Mann, 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 Mann. Was gibt's denn nicht, Alter? Diamanten, Diamanten, Diamanten. Please give me diamonds. Cause I want to build you a ring. Ach, ja, okay. Das wird wohl diese Folge nichts mehr. Nee, denke ich nicht. Ich komm mal schnell zu dir. Und dann machen wir wieder ein gemeinsames Ende, mein Brody. Ja, aber bitte nicht wieder so eins, was aussieht, als würd ich mich in den Arsch fecken. Hör auf. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, fucking for Forrest. Tschüss, Freunde.